Paul Carrick, die Stimme von Mike and the Mechanics, kommt zum einzigen Konzert in Brandenburg nach Neuruppin. Erleben Sie einen der größten britischen Sänger, Songschreiber und Multi-Instrumentalisten. In den 80ern sorgte Paul Carrick mit Genesis-Mitglied Mike Rutherford bei der Band Mike and the Mechanics für Furore. Welthits wie Silent Running oder Over My Shoulder sind bis heute lebendige Musikgeschichte. Geadelt wurde Carrick auch durch seine Zusammenarbeit mit Eric Clapton und Elton John. Auf der Tour hat er sein aktuelles Album Soul Shadows mit im Gepäck. Verpassen Sie nicht die einmalige Show von Paul Carrick in Neuruppin. Das einzige Konzert in Brandenburg gibt er am 21. April um 19.30 Uhr in der Kulturkirche in Neuruppin. Ein Highlight für jeden Fan von Paul Carrick und Mike and the Mechanics. Sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Eintrittskarte für dieses einmalige und besondere Konzert. Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen und unter Telefon 033 91 2687.